Herzlich Willkommen hier an diesem wunderschönen Abend in dieser wunderbaren Umgebung im Stiftluster Neuburg. Ich darf Sie zu einem außergewöhnlichen Konzert begrüßen, mit den schönsten Arien, präsentiert von Sängerinnen und Sängern aus der ganzen Welt. Freuen Sie sich also mit mir auf einen unvergesslichen Abend. Die Musik geht direkt in unsere Herzen. Viel Vergnügen!